nein 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 muss nicht um dann können wir ja die erste Kette erledigen dann kurz was anderes machen dann wieder hingehen oder einem BNB sie nur raus wenn wir sie auch brauchen also wir das ist gleich probieren was er mehr noch 5 und 60 ja was meinst du mir was soll das jetzt machen das wird was soll das ich hoffe ich das schaffen wir das würde ich glaube ich er wird glaube ich ziemlich gut der Päden 5 nicht die Robel ist besser als meine n Bord ist auch besser aus meiner Baus sie die Kuhl aus Möchel ist gleich auf Neuer Stimm ja, dann ab zur Arena! Die ultimative Beute! Die ultimative Beute! Du kriegst einen Erfolg. Aber die ist ziemlich schwer. Die ist richtig schwer. Da finden wir aber auch mehr Spieler, weil wir das nicht mitten in der Nacht machen. Ja, das stimmt. Ja, noch ist es ja nicht mitten in der Nacht. Noch ist es nur sehr spät am Abend. zu spät müssen die Arena, Mann da ist es ach so, hast du du bist jetzt nicht am Tron der Elemente, oder? oh, okay, gut, dann ich gehe dann mal wieder, tschüss so, oder warte, ich nehme die Quest hier ah, nee, ich glaube, du musst, oder geht das? ich glaube, ich nehme die Quest hier mal an und dann das funktioniert aber nicht, das funktioniert nicht teilen gabst du? weil ich die Quest erst abgeben muss, um sie überhaupt annehmen zu können äh, nee, ich konnte sie annehmen, ohne sie äh, ohne ihnen eine abzugeben da geht es bleibt beim Tron der Elemente oh, okay, wieso? weil die, die zu niedrigstufen sind oh, okay jetzt müssen wir wieder scheiße sammeln mh zwei Fall die Quest abgeben ja, ist das scheißegal, ich komme sowieso ja, genau, ey, das wär so klar das wär so geil, ey, ohne Witz na, jetzt im Untergrund Quest verändern Moment mal aha warte mal kurz aha ups was dann? ne, man natürlich fällt, egal ähm, äh voll ja, so, lol öh ja, ne, ist klar, euch befördert, aber das ist alles nur scheiße äh, äh ich bin doch immer auf dem niedrigsten Rang was nur geht oder bin ich noch einmal in Cowboy-Recruz? nicht, glaub ich bin auch doch, ich bin Cowboy-Recruz Arschloch, ey geil, wir haben die Probezeit überstanden, glaub ich ich nicht, haha mich hat er nicht befördert, sieh mal hoch das ist doch so asozial, weh GAY! slash GAY thanks die Scheiße sammeln pfff geht weißt du woran mich das erinnert? woran? an den teuersten Kaffee der Welt äh äh das könnte ich wieder für eine Krass da gibt man Katzen so bestimmte Bohnen zu fressen und die Katzen scheiße äh lol oh man wie daraus wird dann der Kaffee gemacht äh, machen wir hier gleich, gleich hier oben dann diese Story der Beratergewichter der Schwaner der Totenschlägerwichter ja, ja, aber lass mich erst sammeln ja ja, ich glaub, der zählt, der sollt noch für dich mit sehen nach bleib ich erst mal hier stehen das sehe ich noch auf der Minimap zack, zack zack das erinnert mich, eh eine seltene Bohne ja, das, das, das ist bestimmt, ey, davon nach genug weil der dann angelegen möchte ich für Becken und hast du mitbekommen? den einen? sehr schön und den hier auch? nein hast du nicht gesagt, du bleibst stehen, ey, dass der nie seine Sätze selber machen kann ich bin stehen geblieben, ich bin stehen geblieben der war genau da auf dem, der war, da ist er halt zu mir rüber gelaufen hat und so das haben wir halt nicht mal hier zurzeit ich bin gut befördert, aber was bringt mir die Beförderung? können wir jetzt auch irgendjemand einladen oder so? sieht man das irgendwo? ja, neues Mitglied ah, ok, cool weißt du was, ich habe irgendwie Lust mit Essences zu geben kannst du ruhig, ich kann nicht da mal eben einladen und dann nix so, jetzt komm ich waren die heute eigentlich Raiden oder? nein, waren sie nicht ist ja dämlich scheiß drauf mir, ich will hier die Boni haben so dann töten wir mal alles, bis wir da oben sind machen, machen, machen ja, ok, ja verraten sich nur wieder hoch, oh, oh fliegen nein ja, wir müssen töten wieso loot ich die Gegner, ey ich bin so dumm und ist schon tot ok boah, ich habe gerade übelste Lags ja, bin ich froh, dass du mich aufnimmst ja ja aber wieder mal nicht internetbedingte Lags, sondern oh, ein Totem Lifesteal of Totem, Immune Lifesteal of Totem Nummer 2 Mann, a burst of doom und ich hasse es, Totems was sollen wir gegen Totems machen, ey? Autoretic? Autoretic? ja, klar aber wenn man so einen Schamane hier einfach mal gegen uns ein Duell macht jetzt kann man fliegen ja, ich bin nicht fertig okay wo, bumm fliegen sie again dann müsste er hier drin oder hier rein? ja, da oben ist er nicht oder, ist er da oben? oder was? wo soll ich denn wissen, ich kann aber auch nicht alles wissen äh, wohoo ah ne, das ist so eine kleine Hülle, ok das ist, nein nein ich hab den ganzen Quest vom Dings Block, wieviel hab ich? 24 da 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 wieviel, äh, Balken hast du denn eigentlich? ach, der zäh äh, warte da ist der Typ, gut und wieviel Balken hast du? da ist der Typ, gut hast du? äh, 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 mir fehlen noch zwei, vier, fünf fünf, ok was, wenn wir wieder mehr noch fehlen der Typ ist nicht da, fuck it oh man, oh ach, ja so äh, äh, ähm fünf fehlen die noch? ja die fehlen noch siebeneinhalb oh, ich muss schon wieder pissen, es ist auch ein neues zu viel komm mal hier hoch jo da drin ist er, oder? ja, der ist gerade weg ach, kacke so, ich bin mal gut aufkommen jo jo, äh, muss ich kommentieren? ja, ja, ich hab's mal gut ok, ähm lalala ach, ich hasse warten hm ich geh mal schon ein bisschen killen der, der, äh, Quinn wird die AP schon mitbekommen hoff ich mal hm, hm und alter, ich sollte definitiv viel weniger Energy drink trinken hier ich bin gerade so nervös das glaubt ihr gar nicht, Leute so aber langsam mach ich echt Schaden, wow ich komm mir grad richtig cool vor, weil ich Schaden mache bum 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 ähm nam 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 hier drüben ist hier, also ich bin jetzt gerade dort bei der Arena, ihr seht sie nicht in des Blutes, Sekunde ah ja shit vermutlich erst ab 65 so, bin da jo, WB wieso bist du weg? na, ich bin auch gerade schnell rüber gegangen alter, der geht viel zu schnell down ha, hab noch Sautschatz bekommen so wuhu, wir sind wieder voll gleich aus außer halt wieder das eine, der Helm hm ich will eigentlich einen anderen Helm haben jo, von den Stats her ist man jetzt nicht der Mega-Burner-Helm woher fliegen wir jetzt? da schlamm bist du der Kerne, oder? okay hm na, was hast du erzählt, das ist nicht da war echt? jo einfach grenzenlosen Bullshit ich hab ein bisschen gekillt ich hab ganz kurz nachgesehen ob die Quest wirklich nicht für uns ist und das war's dann warst du schon wieder da ah man ist ziemlich ideenlos, wenn man schon seit, ähm drei sechs neun Stunden permanent durchlabert ähm Genau ähm so ideenlos nun auch wieder und nein ich hab ihn alter, der hat halt gekillt ähm ähm ich mag das irgendwie um hätte ich mir jetzt nicht hätte ich mir wirklich nicht gedacht das war ich danke dass du wieder meinen Gegner getötet bei jungen das kann gut sein wird man ja nicht mit dem besonderten Kern nun bei den falschen Gegner getötet auch abjahre der ist geändert also da könnte ich nichts für da kann aber ich habe vor Ort und auch auch geiles aber auch abziehen das ist wie er es mir noch immer nicht gezeigt was ist die gleiche die Schilder greide vor Ort die Bläden wort man sich beim Gegner das ist zu weit entfernt das ist noch nicht bereit das würde ich gerne können falkenpunch falkenpunch super smashbrothers ja super smashbrothers follow in wir müssen mit dem super brawl aber ich habe meine brawl CD irgendwo hin verlegt also keine Ahnung wo die ist nein ich habe gesehen Dotz tötet diese Schlammkreatur und dann looted für mich die in den Schleiming Kalender Schlammlesungen genau ich komme und ich bin ein Kari ich werde später noch okay hoffentlich was soll eigentlich dieses Kari heißen Kari Kari also Kari bedeutet halt tragen also du trafst irgendwas also so heben oder halt soll ich beschreiben ja und was bedeutet das in lol in lol bedeutet es dass du halt keine Ahnung weil ich weiß halt sind es meistens eben ADs die Kari sind oder und und ähm da heißt es halt dass du am Ende vom Spiel eben übelst mega OP wirst weil es sind eben die ADs die am Ende immer den ultimativen Schaden raus fetzen oder die AP ja AP schon aber AP sind auch am Anfang finde ich also Leblanc und so doch auch im Early übelst und der in Leblanc ist ja wohl der ultimative Kari hä Ash Jo Wayne mhm ja mal krass okay wobei ich sagen muss Wayne geht eigentlich auch so also sie ist nicht so ein schlimmer Kari wie Ash aus meiner Sicht das weiß ich nicht das ist aber das Problem das kann man ja nicht essen aber dieser der Graves der Neuer ist auch ein übler Graves ist OP ey und der Nerf der hat ja überhaupt nichts gebracht und wir reden schon wieder über Leute ja ich wollte gerade sagen wir lernen wieder viel zu viel über Loll wach mal wie schlecht bist du eigentlich gleich kann ich schon wieder warten oh ne kann sie mehr als es geht muss das sein liebes Spiel muss das sein ah fertig Mama mia der hat ein Kern der Idiot aber ich loote wirklich jeden Gegner Leute ich 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 schwörs euch Herr Minnü mhm 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 das ziel mhm 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 Ja, ja, mach mit uns. Ne? Ja, ja, mach du noch. Mich stört's nicht. Mich stört's aber, dass du hier so viele Gehner wirst. Ja, das stört mich natürlich auch. Bringt eure Freunde mit nach Azeroth. Geht aber auch mal mit ihnen nach draußen. Was zum Geier soll dieses draußen schon wieder sein? Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist doch. Meine Güte.